Musik 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 Guten Tag, Herr Büchsemann, wir sind ja auf der Traudich. Viele kennen Ihr Wirtshaus der Pschor am Viktualen Markt, aber nicht Ihren Geheimtipp. Richtig, wir stellen dieses Jahr erstmalig auf der Traudich-Messe unseren Geheimtipp vor, unser edler festlicher Theresiensaal im zweiten Stock über dem Wirtshausbereich mit Blick über den weltbekannten Viktualienmarkt, wo Sie in traumhafter Kulisse traumhafte Hochzeitsfeiern abhalten können. Zu dieser Messe haben wir ein All-Inclusive-Paket geschnürt, in dem wir Getränkepauschalen und ein Dreigangmenü zum Preis ab 85 Euro pro Person für Sie bereitstellen. Sie haben hier wunderschöne Tischdekorationen ausgestellt. Sind diese in der Pauschale bereits enthalten? In unserer All-Inclusive-Pauschale enthalten sind die Kosten für Gedeck, sprich Tischwäsche, Stoffservietten und unser fünfarmiger versilberter Kandelaber. Tischblümchen werden grundsätzlich mit den Brautpaaren individuell abgestimmt. Wir haben heute auf der Traudich zwei Tische ausgestellt. Einmal ganz klassisch mit dem Kandelaber, weißen Rosen und Efeu und einmal etwas extravaganter mit Kalas, einer frischen Blumenvase, mittig des Tisches mit Froschkönigen dazu. Wir würden uns freuen, Ihnen unseren Geheimtipp Theresiensaal baldmöglichst persönlich vorstellen zu dürfen, um gemeinsam eine erfolgreiche Veranstaltung durchführen zu können.